Henrik Wüst, unterwegs im Westmünsterland. Um als Parteichef und Ministerpräsident zu machen, worauf es ankommt, ist für ihn der Austausch mit den Menschen in Nordrhein-Westfalen, egal ob jung oder alt, besonders wichtig. Nicht nur, wenn die Sonne scheint, auch wenn es mal ungemütlich wird. Ja, ich mach das gerne. Ich glaub, Politik kann man nur gut machen, wenn man auch Menschen gerne mag. Und wenn man auch mag, dass man mit Menschen in Kontakt ist, auch fremde Menschen auf einen zugehen oder man selber auch auf Menschen zugeht. Ich glaube, das gehört zur Politik dazu. Noch rund vier Wochen sind es jetzt bis zum Wahltag am 15. Mai. Per Brief kann man übrigens jetzt schon wählen. Am besten mit beiden Stimmen CDU. Und deshalb hat Henrik Wüst an alle Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer auch eine eindringliche Bitte. Rausgehen zu den Leuten, ins Gespräch kommen, übereinander reden, gut übereinander sprechen. Unsere Politik vertreten, unsere Themen versprechen. Wir sorgen für Sicherheit in unsicheren Zeiten. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig in dieser schwierigen Zeit. Das ist CDU pur. Verlässlichkeit und Sicherheit, dafür stehen wir. Und da können wir auch mit werben zum 15. Mai. Wir machen, worauf es ankommt. Wir machen, worauf es ankommt. Wir marketing sind bis zum 15. Mai. Was bedeutet er. Tschüss. Vielen Dank.